Schlimmes Geständnis von Sarah Engels. Im Rahmen einer Kampagne gegen Gewalt an Frauen gab die Sängerin zu. Selbst schon einmal häusliche Gewalt erlebt zu haben. Sarah Engels. Trauriges Geständnis. Mit dieser Beichte hat wohl niemand gerechnet. Sarah Engels, 31, ist seit einigen Jahren glücklich mit ihrem Julian, 30, verheiratet. Zusammen hat das Paar die gemeinsame Tochter Soléa. Zwei. Immer wieder zeigen die beiden, wie happy sie miteinander sind und geben Einblicke in ihre Ehe. Doch die Sängerin weiß offenbar ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn eine Beziehung weniger harmonisch verläuft. Bei Instagram gab sie nämlich jetzt zu, dass sie bereits Erfahrungen mit häuslicher Gewalt machen musste. Sie wurde Opfer von häuslicher Gewalt, weiß genau, wie es sich anfühlt. Sarah Engels bewirbt auf ihrem Account derzeit nämlich eine Kampagne der UN, die sich gegen Gewalt gegen Frauen einsetzt. Und in dem Zusammenhang machte die zweifache Mama ein ehrliches wie schockierendes Geständnis. Ich selbst habe in meiner Vergangenheit auch leider Erfahrung mit häuslicher Gewalt machen müssen, so die 31-Jährige. Weiter erklärt die Musikerin. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt, nicht gehört und gesehen zu werden oder sich selbst dafür verantwortlich zu machen. Sie habe sich damals einreden lassen, selbst schuld zu sein und das Ganze zu verdienen, doch heute sei ihr klar, dass sie es niemals hätte hinnehmen dürfen. Weitere Informationen teilte Sarah Engels nicht und verriet auch nicht, mit wem sie die schrecklichen Erfahrungen machen musste. Nach der gescheiterten Ehe mit Pietro Lombardi, 31, hatte die 31-Jährige noch zwei weitere Beziehungen, bevor sie in Julian ihren Mr. Reit fand.